Ich erzähle euch nun allen eine sehr, 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 sehr traurige Geschichte. Es war einmal ein Kohlkrabe. Wie ihr sicherlich alle wisst, haben Kohlkraben extrem große Schnäbel. Der Kohlkrabe hatte leider keinen eindeutigen Namen. Man weiß nur, dass er noch heute im Saarland leben soll. Jedenfalls ist es noch gar nicht so lange her, dass der Kohlkrabe Durchfall bekam. Flüssige Scheiße spritzte aus seinem Arsch und produzierte auf YouTube einen High Definition Film? Das Ergebnis war ein Geläute in der Tonlage CSFGASB. Zufälligerweise wurde noch das Logo des Seiländischen Rundfunks am Anfang eingeblendet. Traurig, wirklich traurig.